Da sind wir mal wieder bei Top's Kick. So, da war das Mikro gerade aus, vor Schreck, weil wir haben direkt als erstes hier eine Goldkarte gezogen. Wendel, wie schlecht, Nikolasen, Mumien, Gamaloi. Jack Willis, Marcos Antonio, Renan Lodi, Fernando. Fast alles neu bis auf die letzte. Super aus, Bräute hier. Ich habe noch, ob das zufalls generiert ist, wie viel und welche Kondition da drin ist. Ja, die vierte Gold erst aus dieser Serie. Dann schnappen wir uns mal die Münzen. Und drehen am Rad. Ich mache das mit dem Crafting jetzt erst ganz am Ende. Weil sonst diese Benachrichtigungen mir zu sehr auf die Nerven gehen. Ich meine, dann komme ich nicht so nahlich weit, aber ich will jetzt auch nicht 20 Minuten werften. Renan Long. Wir kaufen erst mal einen und dann habe ich halt nur drei, vier, die ich da bei der Workbench abgreifen kann. Aber das soll dann so sein. So, nochmal ein bisschen pinke, pinke. 24.000. Können wir auch gut gebrauchen, weil wir haben noch knapp 28.000 noch. Da können wir auch das Konto mal leer räumen hier. So, dann nochmal eine Goldkarte. Alex kann. Boah, es ist denn... Es bahnt sich hier wieder ein guter Tag an. Da sollte ich vielleicht auch ein bisschen mehr ausgeben. Mission erfüllt. Vielleicht bekomme ich da jetzt nochmal eine Finanzspritze. Ja, 500. Ich meine, ein kleiner Vieh macht auch Mist, nicht wahr? So, gibt es irgendwas Neues? MLS Relics. Das ist von gestern. Taxi Funtas. Taxi Teller einmal. So. Dann kaufen wir doch mal ein Taxi Funtas Pack. Schau, wir haben eine Goldkarte. Joseph Martinez. Ja, an manchen Tagen hat man echt mehr Glück. Jetzt haben wir schon drei Gold, ne? Da sollte ich echt... Ich meine, das ist wahrscheinlich vollkommener Zufall, aber... Sollte man vielleicht trotzdem am Ball bleiben. Vielleicht ist es auch kein Zufall. Na, wenn so ein bisschen ein Glücksspielfaktor da drin ist, dann kann man auch solchen Sachen mal unterstellen, dass da ein bisschen Absicht hinter den Algorithmen steckt. So, Action Figures. Jo, Inge, Berget. Ingeco, Marquinhos, Zapata... Nein, nein, fünf neue. Hier, perfekte Quote. Auch sehr gut. Kaufen wir dort direkt nochmal. Eins. Bin ja Action-Figurenfreund, deswegen... Klappongen. Schaparenko. Chilwell. Und Emenes, auch vier von fünf neu. Auch gut. Wir haben jetzt allerdings nicht mehr viel Kohle. Ach komm, hauen wir die hier heute mal auf den Kopf hier. Bundesliga-Pack. Younes. Nassano. Horn. Und den Rest haben wir schon. Dann bringen wir halt bei den nächsten Mal ein bisschen mehr Zeit. Ähm... Ein bisschen mehr Zeit beim Craften. Aber erstmal gucken, vielleicht kriegen wir jetzt auch wieder ordentlich Kohle hier. Ja, kriegen wir schon mal wieder 300.000. Da kann man sich schon mal ein bis zwei Packs von kaufen. Äh... Champions... Nein, 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 nein. Hatte ich doch alles. Champions League Base Set. Silberkarte Davies und Alaba auch eine recht gute Quote. Franco Fragapane. Golda, zumindest eine neue. Sergio Cordova. Blackmon, klingt mal wie ein Pokémon. Sergio und Ferreira. Auch schon über drei Minuten voll hier bei MLS Series 1, Tier 1. Haben wir irgendwas, was hier bald ausläuft, dann kommen wir nochmal an ein Base-Set. Ariaga, bitte. Buka, schon über 100. So. Ein Action-Figuren-Set können wir uns noch leisten, dann haben wir noch 10.000. Zumindest dann können wir beim nächsten Mal vielleicht gerne 10 Packs öffnen. Gucken wir mal, was wir da kriegen. Fabinho, Spoiler. Das war ja heute doch eine gute Ausbeutung. Dann kann man jetzt vielleicht noch mal ein, zwei Minuten beim Crafting verbringen. Abgreifen, was da so am Start ist. Vogelsammer haben wir allerdings schon. Ist aber natürlich auch Craft-Material. Unterstedt ist neu. Hallo und herzlich willkommen. Was geht los? Arminia Bielefeld. So. Dann, es ist ja hier besser gelöst, wie mir immer auffällt als bei Star Wars. Dann muss man hier erstmal klicken, um zu gucken, wie viele Varianten man von diesem Charakter schon hat. Charakter, sage ich so. Ähm, dann wird hier nochmal fleißig kombiniert, wie auf dem Feld. Hier haben wir allerdings keine Duplikate, dann können wir hier schon mal nicht weitermachen. Hier auch nicht. Ja, so soll es weitergehen. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Tschüss, bis dann. Bye, bye.